Und zum Abschluss würde ich Ihnen jetzt gerne, wie angekündigt, noch etwas über die Apps erzählen. Da gibt es zum Beispiel von der Telekom Navigon, aber auch eine ganz besondere Sammlung, die ich Ihnen persönlich vorstellen möchte. Ich blätter einfach mal durch, zum Beispiel, ja hier, diese. Die hebe ich mir immer auf, damit ich sie nicht verliere, die habe ich doppelt. Einmal hier in echt und dann natürlich im kostenlosen Mediencenter der Telekom. Da ziehe ich mir auch gleich nochmal das Update runter. Kann nichts passieren. Und dank dieser Kordel hier können wir jetzt gemeinsam in der Fotos-App meine Urlaubsbilder anschauen. Nicht alle, keine Sorge, wir schauen nur die Übersicht an. Die kann ich hier wunderschön verschieben und noch besser, ich kann sie direkt ausdrucken. Da gehen keine Daten verloren. Besser, ich spiegele die nochmal, dann haben wir sie sowohl in real als auch digital. Und ich kann Ihnen mein absolutes Lieblingsmotiv zeigen, ein sehr gelungener Sonnenuntergang. Ein paar Stunden zu früh abgedrückt. Gott sei Dank kann ich auch im Nachhinein noch die Atmosphäre des Bildes verändern und so eine richtig romantische Atmosphäre schaffen. Ist das nicht schön? Ich kann sogar die Sonne rausnehmen und die globale Erwärmung stoppen. So viel Welten retten ist anstrengend. Dann spannen wir uns bei einer Runde Tennis. Ich kann das iPad als Tennis-Schläger verwenden und zum Beispiel zurück ins Bild drücken. Und das hat den großen Vorteil, ich muss nie mehr einen neuen Tennisball kaufen. Und auch der Transport fällt natürlich wesentlich leichter aus. So richtig Spaß macht das dann nur bei richtig gutem Wetter. Das kann ich auch ganz leicht verändern. Okay, ich kann keinen Einfluss nehmen auf das Wetter. Aber ich kann zumindest der Wetterfrau anbieten, mal die Haare neu zu richten. Vielleicht bekomme ich ja ein Date. Wer sich mal die Haare richten lassen möchte, kann einfach nachher hier vorbeikommen. Richtig viel Sinn macht eigentlich die FaceTime-Connection, also ein Videotelefonat mit einem Freund. Ich weiß nicht, ob man sich hier sehen kann über die Leinwand. Einigermaßen. Ich rufe mal einen Freund an. Der ist auf Bereitschaft. Und wir zeigen ein tolles Experiment, wie man in Zukunft nicht nur Daten, sondern auch reale Objekte über das Internet austauschen kann. Etwas höher. Und mit diesem Strohhalm kann ich jetzt zum Beispiel eine Flüssigkeit streamen. Streamen. Let's stream it. Perfekt. Minus drei Grad. Aber nicht nur das. Ich kann... Es ist keine Einbahnstraße. Ich kann auch was hineingeben. Gläschen Milch. Prost. Vorsicht, Milch kommt. Das nennt man wohl Milchgesicht. Tut mir leid. Christoph, danke fürs Mitmachen und das Publikum dankt dir auch. Tschüss. Applaus vagabläuft. Vielen Dank. Danke. Danke. ビat Än. танz. Pfizer. anf- модis. Ohio.